Die künftig hier vom zentralen Parkplatz oder die mit dem Zug nach Schwäbischmünd kommen zur Gartenschau, die werden die Eule sehen, die werden die Eule erleben und es wird jeder hierher kommen und es wird jeder junge Mensch sagen, Mensch, das ist klasse, das sind Mitmachangebote, da kann ich mal reinschnuppern. Also es wird durch die Eule, die Landesgartenschau nochmal ein richtig, ja ein Qualitätssprung, die ist ja natürlich super, also was gibt es Schöneres als Landesgartenschau und das noch in Schwäbischmünd und wenn Sie sehen, was wir gerade bewegen, dann kann man sagen, ja wir haben doch schon viel Gutes, aber gerade die jungen Menschen und gerade das nachhaltige Konzept, das ist das, was uns überzeugt hat und das, was auch die Landesregierung überzeugt hat und deshalb haben wir den Zuschlag erhalten und deshalb stehen wir auch heute hier und durch diesen gemeinsamen Weg, diesen gemeinsamen Schritt nun miteinander begehen. Die Landesgartenschau ist Bauherr, liebe Frau Mattes, jetzt sind Sie gefordert. Herr Minister, wenn Sie kommen, haben wir alles vorbereitet, wir haben heute sogar die Baugenehmigung und jetzt muss der eigentliche Bauherr, der Herr Ebertshäuser, der bekommt die jetzt. Lieber Herr Ebertshäuser, unter den Augen des Ministers, das ist eine hohe Verantwortung, bekommen Sie jetzt von mir die Baugenehmigung. Ich bitte Sie, unsere Eule ja so vorzubereiten, dass sie fliegt, dass sie schwebt über Gmünd, dass sie leuchtet, dass die Eule nachhaltig ein Vorbild ist für das, was wir hier in Schwäbischmünd umsetzen wollen. Also, Ebertshäuser, machen Sie es gut, die Eule liegt nun in Ihren Händen. Ich denke, ich habe jetzt den Bogen soweit gespannt und lieber Klaus Arnhold, jetzt bitte treten Sie nach vorne. Ich muss jetzt auch meinem eigenen Team mal Danke sagen. Klaus Arnhold war von der ersten Minute an mit dabei bei der Konzeptentwicklung. Er war früher der Wirtschaftsförderer der Stadt Schwäbischmünd und hat gedacht, das Projekt überzeugt mich so, da wechsle ich von der Wirtschaftsförderung in den Bereich Bildung. Und dieses Projekt hat er mitgenommen, er soll ein Stück weit auch das Signal sein an unsere Gmünder Firmen und an die Bildungslandschaft. Nur gemeinsam schaffen wir es, dieses große Ziel umzusetzen. Nur gemeinsam schaffen wir es, wenn ja Arbeitsmarkt und Schule eng zusammenstehen. Ich denke nicht, dass wir schon die fertigen Mechaniker produzieren müssen in der Schule. Schule ist auch was mit Allgemeinbildung, aber dennoch ist es wichtig, dass man miteinander in Kontakt steht und die richtigen Projekte hat. Ich sage deshalb heute Danke an mein Team im Haus. Ich sage Danke an der Herr Nanz. Ich sage Danke, Frau Bader, an Sie und an die Bauverwaltung, die uns intensiv unterstützt hat. Wenn Nutzer und Bauherr zusammen agieren, dann kann es gar nicht schief gehen. Ich sage aber auch Danke an zwei Herren, die sich ein bisschen versteckt haben im Hintergrund. Die Herren Volkert und Böhm von ISW, die uns begleiten im Auftrag des Landes Baden-Württemberg. Es ist gut, dass wir Sie, dass wir euch haben, denn der Dialog ist immer wichtig und bringt uns voran. In diesem Sinne wünsche ich uns nun einen feierlichen, einen würdigen Auftrag für unsere Eule. Und ich freue mich ganz besonders, Herr Minister, dass Sie zu uns gekommen sind. Ein Grußwort an uns richten werden, dass Sie zu uns sprechen, zur Bedeutung von Eule und ich denke auch die Themen, die Sie sonst mitgebracht haben. Im Anschluss daran, das Land hat gesagt, Mensch, jetzt seid ihr als Kommunalverbund unterwegs. Die Politik ist da, also sollte schon noch jemand zu Wort kommen. Und da haben wir uns entschieden, dass für Politik und für die Gemeinden des Umlands der frühere Bürgermeister und jetzige Abgeordnete Mayer noch ein Grußwort sprechen darf. Denn er verbindet diesen idealerweise. Wenn wir dann dieses enthüllt haben, Herr Minister, dieses Flakat, das da oben hängt, wo man gesagt hat, hoffentlich schaffen wir beide das, dann werden wir Sie einladen, wo es ein bisschen warm ist, dann können Sie die Eule dann auch noch erleben. Da gibt es viele Bilder, da wird auch die Gartenschau präsentiert. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen, Dankeschön an alle, die beteiligt waren. Danke, dass Sie heute mit dabei sind. Vielen Dank auf unsere Münder Eule. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Herren Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag und dem Landtag von Baden-Württemberg, meine sehr verehrten Herren Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben ja eine Zeit, wo wir eine ganze Reihe von Herausforderungen zu meistern haben. Klimawandel, Globalisierung, aber auch vor allem die demografische Entwicklung, also die Veränderung der Altersstruktur, die Veränderung der Zusammensetzung unserer Gesellschaft, sowohl in den Städten wie eben auch in den Gemeinden des ländlichen Raums. Und die demografische Entwicklung ist eine Frage, die uns gerade als wirtschaftsstarkes Land in der Fläche berührt, weil wir alle wissen, dass die Frage Fachkräftemangel eine Frage ist, die auf uns und unsere Wirtschaft zukommt. Insbesondere in der Fläche des Landes, im ländlichen Raum, stellt sich deshalb die Frage, wie schaffen wir die Rahmenbedingungen so, dass unsere jungen Menschen die bestmöglichen Startchancen bekommen, die bestmöglichen Chancen bekommen, dann auch in qualifizierte Jobs zu gehen. Und da sind wir natürlich als Politik in der Verantwortung, im Bund, im Land, aber natürlich auch in den Kommunen hier die Rahmenbedingungen so zu stellen, und dass die jungen Menschen diese Chance kriegen und dass wir damit als Gesellschaft die Chance haben, in der Fläche Wertschöpfung zu generieren, in der Fläche attraktive Arbeitsplätze anzubieten, aber natürlich auch die notwendige Infrastruktur für Wirtschaft, aber auch Bevölkerung in der Fläche zu halten. Sie haben hier in Schwäbisch Gmünd als Stadt gemeinsam mit Ihren Bündnispartnern die Herausforderungen angenommen. Sie haben sich im Wettbewerb mit Eule der Gmünder Wissenswerkstatt durchgesetzt. Und Sie haben im Rahmen des EU-Modellprojekts Eule jetzt hier ein tolles Projekt am Start, ein Experimentierfeld für Kinder und Jugendliche, ein Experimentierfeld, in dem die Faszination Technik, die Faszination für viele wichtige Zusammenhänge in Bereichen, die gerade für Baden-Württemberg wichtig sind, spielerisch erlernt werden können. Es ist ein Projekt, mit dem Schülerinnen und Schüler auch praktisch erreicht werden können, anfassen können, lernen können und auch der ein oder andere, die ein oder andere erreicht wird, die wir im klassischen Schulunterricht für solche Bereiche möglicherweise nicht begeistern können. Auch weiter die solide und zuverlässige Arbeit zu erreichen, gerade auch in diesem Bereich junge Menschen zu werben. Wir sind überzeugt, dass Landesregierung Eule, die Gmünder Wissenswerkstatt, wird den Wirtschaftsstandort stärken. Wir sind überzeugt, dass junge Menschen hier eine neue, bessere Perspektive vor Ort bekommen und dass es eine wichtige Maßnahme ist, um auch dem absehbaren Fachkräftemangel hier in der Region entgegenzuwirken. Mit dem, was hier in Schwäbisch Gmünd sowieso viele bewegt. Ich habe ja miterlebt, auf dem Abschlusstag der Landesgartenschau in Nagold, mit welcher großen Motivation man hier in Schwäbisch Gmünd bei der Sache ist. Und ich glaube, das ist wirklich das i-Tüpfelchen für ein Projekt wie Eule. Das ist als Teil der Landesgartenschau 2014. Insofern, ich wünsche Ihnen und allen Beteiligten hier einen klasse Projektstart und freue mich dann hier, dass wir spätestens bei der Landesgartenschau dann nicht nur Plakate entrollen, sondern auch mal praktisch sehen können, was hier an Arbeit passiert. Herzlichen Dank für die Einladung und jetzt freue ich mich drauf, gemeinsam noch Herrn Mayer zu lauschen und dann ans Transparenz zu gehen. Ich frage mich allerdings tatsächlich, ob wir es gemeinsam schon sind, Herr Todellasch. Herr Minister, vielen Dank für Ihre Worte. Und ich verspreche Ihnen, wenn wir es gemeinsam anfangen, dann schaffen wir das auch. Sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Bläse, liebe Kollegen aus Land und Bundestag, meine Damen und Herren. Der Minister Bonde ist bereits in wenigen Wochen das zweite Mal in Sachen Eule im Ostalbkreis unterwegs. Vor wenigen Wochen wurde in Ahlen der Spatenstich gemacht, heute zu diesem großen Projekt in Schwäbisch Gmünd. Man sieht also, dass der Ostalbkreis, dass unsere Region äußerst innovativ ist in Sachen Wissenswerkstatt, dass unsere Region hier zwei große Projekte an Land ziehen konnte. Es sind insgesamt nur sieben Projekte in ganz Baden-Württemberg, die hier als Leuchtturm gefordert wurden. Das spricht dafür, dass Schwäbisch Gmünd eine hervorragende Idee hatte, ein hervorragendes Konzept. Und da gleich zum Anfang mein Dankeschön an alle, die in diesem Konzept mitgearbeitet haben. Es waren viele, es war die ganze Stadtverwaltung mit tätig. Ich erinnere mich noch an ein Treffen, das hat der damalige Oberbürgermeister Wolfgang Leidig veranlasst. Bei dem Treffen war der Dr. Schäffold dabei und wir waren drei Bürgermeister der Nachbargemeinden. Der Bürgermeister Remboldt aus Waldstetten, der Bürgermeister Seyfried aus Mutlangen und ich aus Heubach. Und dann haben wir gesagt, Schwäbisch Gmünd hat eine hervorragende Idee. Wir machen einen Wettbewerb mit für eine Wissenswerkstatt. Und da brauchen wir die Hilfe auch des Umlands. Das soll keine Idee der Stadt nur sein, sondern alle drumherum sollen mitmachen. Dr. Schäffold wurde natürlich gebeten, beim Land für die Hilfe zu sorgen. Und das hat hervorragend geklappt. Wir sind dann, nachdem ein Gutachten vorgelegen ist, das Gutachten vorgestellt wurde, noch einmal in der Bürgermeisterversammlung zusammen gewesen. Und Herr Bläse, da haben wir beide dafür gekämpft. Und das hat einen einstimmigen Beschluss und eine einstimmige Zustimmung gegeben, dass das ganze Umland hier bei diesem großen Projekt mitmacht. Und letztendlich haben wir unter anderem auch damit den Preis gewonnen und können heute diesen Spatenstich machen. Ich freue mich auch, dass wir den Standort hierher jetzt verlegt haben. Das ist der richtige Standort. Der beste Standort war eine gute Entscheidung. Da werden Tausende, wenn nicht Millionen Leute vorbeifahren, wenn dann die vorbeigehen, wenn dann die Gartenschau kommt. Die beste Reklame für dieses Projekt. Und ich wünsche heute einen guten Start, unfallfreien Bau und später viel Wissen den Kindern, viel Wissen allen, die sich hier für die Eule interessieren und mitmachen. Dankeschön. Dankeschön, lieber Herr Leier und Herr Minister, wir fördern jetzt dieses Plakat feierlich enthüllen, zu dem ich jetzt natürlich auch ein Vertreter unserer Architektengruppen von Hennarchitekten nach vorne bitte, aber auch ein Vertreter von WPS da auf ihn nach vorne bitte. Herr Minister, Sie haben angesprochen, dass wir hier experimentieren und dass wir beide dann, wenn die Eule fertig ist, die ersten Experimente durchführen. Wir haben aber jetzt schon ein kleines Experiment mitgebracht für Sie. Und zwar sollen Sie das erste selbstgebaute Solar-Luftkissenboot heute als kleines Andenken mitbekommen. Und Herr Nanz, zeigen Sie unser... Sie haben schon alles gesagt, das Ablese. Das Spannende dabei ist, das Luftkissen besteht aus zwei Flaschen leckerem Bio-Rotwein. Lieber Herr Bonde, das müssen Sie zuerst trinken und dann können Sie das Luftkissenboot, wenn die Sonne scheint, überall fahren lassen. So, müssen wir noch rausgehen. Also, ein Luftkissenboot und da sind lecker gebackene Eulen drauf. Und damit heute auch keiner vergisst, was wir miteinander begehen, werden nachher alle, die hier sind, diese Eule mitbekommen. Und das passt ja auch in diese Tage. Herr Weber, will Sie auch noch nach vorne kommen? So, dann nehmen wir dem Herrn Minister das Geschenk kurz ab. Ich glaube, ich habe Ihren Mitarbeiter. Ach, da steht er, genau. Die Eule, die liegt. So, jetzt kommen wir zum feierlichen Akt. Ich lege mal das Mikro weg. Ich lege mal das Mikro weg. So, nach getaner Arbeit. Ich denke, ja, das zeigt die Eule, das ist unser Bauvorhaben. So wird es aussehen, sage ich auch an die Nachbarschaft, die mit da ist. Ich sage, ein tolles, innovatives Projekt. Schon von außen und innen wird es das i-Tüpfelchen voll dazugeben. Ich darf Sie jetzt alle einladen, alle, die heute mitgekommen sind bei dem schönen, warmen Wetter, hier bei dieser Enthüllung dabei waren. In diesem Sinne, herzlich willkommen nochmals. Ein großes Dankeschön an Sie, Herr Minister. Und weil wir das so gut gemacht, dann könnten wir das ja jetzt öfters machen, als wenn es irgendein Vorhaben gibt. Herr Minister, wir werden auf Sie wieder zurückkommen. Herzliches Dankeschön. Applaus 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 Applaus